Was du machen kannst, wenn du mitten im Chi-Fluss-Sitz, sprich ein Durchgangszimmer hast oder auch Berliner Zimmer. Ganz konkret ein Beispiel, gleich hier bei Feng Shui am Freitag. Ja, hallo meine Lieben, wieder willkommen bei Feng Shui am Freitag. Berliner Zimmer Teil 10, gab es schon ein bisschen Vorlauf. Checkt gerne mal auch die anderen Videos, auch die ersten beiden, da ist ein bisschen mehr Theorie drin. Aber was soll's, lasst uns gleich hier in die Anwendung springen. Das ist praktisch hier wieder ein schönes Beispiel aus diesem Buch, Jan Herres, das Berliner Zimmer. Der ist immer so ein bisschen rumgegangen, hat Leute interviewt und hat gesagt, hier kann ich deine Wohnung, dein Berliner Zimmer mal fotografieren. Weil, ja, das ist ein Zimmer, was halt extrem schwierig auch zu handeln ist. Deswegen auch die ganze Serie hier drüber. Ich meine, wenn du Berliner Zimmerangriff kriegst, dann kriegst du jedes Zimmerangriff. Gut, schauen wir hier mal rein. Bei mir ein ganz geiles Beispiel. Auch hier, Schuss gegen Schuss. Ist mal ganz nett. Hier nochmal einen kleinen Grundriss dazu. Und da sieht schon, ah, also da hinten ist eine doppelflügelige Tür. Das ist dann diese Seite. Das sieht hier fast nochmal aus wie eine Tür, die ist aber nicht eingezeichnet. Aber hier ist nochmal eine Tür. Das müsste dann an der Stelle sein. Gut, dann die Gegenseite, das wäre ja, ah, da geblieben. Die Gegenseite wäre praktisch hier genau. Das ist hinten nochmal der Durchgang. Also da kommt man in der Regel in den Seitenflügel rein. Und das ist normalerweise eigentlich der ehemalige Dienstbotentrakt. Gut, was sehen wir hier? Also vor allem dieser Küchentresen, wie das hatten wir auch schon mal in einem anderen Beispiel. Also das ist ein richtig zweizeiliger Kücheneinbau. Das teilt hier den Raum. Und schafft natürlich dann hier dahinter eine, so einen Essplatz. Und dann mal schön mit so einem alten Jugendstilleuchter. Und dann mal ein Klavier hier. Definiert den Raum auch nochmal ein bisschen. Und dann, ja, das ist eigentlich schon mal ganz flott. Okay, dann gehen wir auf den Grundriss und analysieren das mal Feng Shui gemäß. So, da haben wir den Grundriss. Und dann lasst uns mal den Skifluss anschauen. Das wäre hier praktisch diese Situation. Also hier vorne hat man dann oft den Durchgang zum Vorderhaus, zum Wohnzimmer. Ein Blick auf die Straße. Das hier ist das Fenster zum Hinterhof. Und hier geht es weiter zum Seitenflügel. Also praktisch auf dieser Länge sind dann praktisch immer die Zimmer. Ja, ich habe ja nochmal so eine kleine, so eine neue Terminologie eingeführt. Also ich rede jetzt von sekundären und primären Skifluss. Also der primäre Skifluss ist das, was jetzt hier in dunkelblau eingezeichnet ist. Primär deswegen, weil das ist halt die Ameisenstraße, auf der wir uns die ganze Zeit bewegen. Also wenn man jetzt normalerweise Skifluss einzeichnet, nimmt man ja hier die Fenster mit. Das mache ich jetzt mal in einer anderen Farbe, um anzudeuten, dass diese Bewegung nicht ganz so stark ist, weil, das ist immer so mein Karlauer, wie oft springst du aus dem Fenster? Hoffentlich nie. Das heißt aber auch, wenn wir jetzt über Skifluss reden, dass also hier eben potenziell in diesem Bereich nochmal ein bisschen Skisammlung entsteht. Und das ist dann eben wichtig für die Möblierung. Das ist zum Beispiel der Grund, warum jetzt hier an dieser Stelle ein Esszimmertisch steht. Und jetzt schaut man natürlich mit dem Feng Shui-Auge drauf und sagt so, ja, aber Peter, also dieser Tisch, da steht ja viel zu offen, da kann sich ja gar nicht viel sammeln. Er sagt, genau. Also deswegen müssen wir jetzt dafür sorgen, dass ich hier Qi sammle. Das ist das Modell der vier Tiere. Die Idee ist mal, ich baue hier so eine U. Sobald ich so eine U-Form habe, kann sich Qi sammeln. Wie macht man das? Also wie hat er das jetzt hier gemacht? Der hat sich dann gesagt, ja, okay, ist gar kein Problem. Also ich baue hier meine Küchenzeile ein. Dann seht ihr also, diese Seite von der Küchenzeile begrenzt diesen Raum hier zum unteren Zimmer hin und schafft eben hier noch ein bisschen mehr Ruhe, mehr Skisammlung. Also das ist der Trick, der hier verwendet wurde. Und ich denke, ja, da gehe ich auch mit. Das verändert natürlich den Skifluss ganz massiv. Bauen wir das nochmal kurz hier so ein bisschen auf. Also hier ist dann mein Tisch. Also ich male den, sagen wir mal so. Geht schneller, ne? Jetzt habe ich hier diese Begrenzung, das ist meine Küchenzeile. Irgendwie so ein U-förmiger Block, der steht hier. Und das heißt natürlich für den Skifluss, also ich verhandle jetzt ganz nett und lieb in meinem Wasserbrachen und sage, okay, guck mal, hier fließt doch mal hier rum. Und Wasserdrachen sind eigentlich ziemlich freundliche Tiere. Also die hören auf einen, die machen schon so ein bisschen, was man ihnen sagt, wenn sie sich eben noch frei bewegen können. Das heißt, wenn ich, solange ich mich hier noch bewegen kann, ohne anzustoßen, ohne irgendwas, dann funktioniert das. Dann gibt es auch keinen Skiblock, keinen Skistau. Also draufschaut, dann kann man auch natürlich sagen, ja, also ich fange schwierig, ist ja immer so mit runden Ecken, wo ich mir denke, ja, also dort, wo es hingehört. Aber jetzt an der Stelle, naja, vielleicht sogar sowas hier. Nochmal. Könnte man tatsächlich überlegen und sagen, also wieso machen wir das Ding an der Stelle da nicht rund, dass man hier beim Passieren nicht hängen bleibt und wenn wir dann schon mal dabei sind, warum nicht hier auch, ne? Dann brauchen wir wahrscheinlich einen kleinen Überstand über die Unterschränke, dass das dann funktioniert. Aber das fände ich jetzt von der Form so ein bisschen freundlicher. Vielleicht kann man das ja nochmal ein bisschen spielerischer machen, dass man sagt, so, na, ich habe jetzt hier mal meinen Küchenblock und irgendwie sowas hier, ne? Dass man so gedacht so eine Linie aufnimmt. Also, ja, Spielereien, da kann man jetzt ziemlich ins Detail gehen. Anyway, was jetzt hier passiert, vielleicht haben wir noch hier oben ein paar Hängeschränke, ne? Da sieht man schon, also hier diese G-Sammlung, die kann sich hier ganz gut aufbauen. Das funktioniert. Wir hatten dann hier an der Stelle auch nochmal irgendwo ein Klavier stehen. Und man denkt, ja, an der Stelle wird es dann schon so ein bisschen eng. Gut, jetzt auf meinem Grundriss dann maßstabsgetreu. Alles da. Hauen wir uns mal das Bild hier rein, ne? Dann denkt man, ja, aber das, ja, doch, das ist schon ein bisschen enger hier. Es bremst den Skifluss hier nochmal ein bisschen runter. Müsste man sich mal anschauen, ob das nicht schon zu eng ist. Aber ich denke so, ja, aber okay, ne? Scheint so, ah, vielleicht, ich sehe gerade was. Vielleicht ist es auch so, dass dieser Küchenblock hier einzeln steht, dass man tatsächlich hier hinten durchgehen kann, ne? Dann würde natürlich hier nochmal ein bisschen mehr Raum entstehen. Ich denke, ah, das wäre natürlich sehr geschickt, wenn das so wäre, ne? Dann würde das nochmal ganz anders aussehen. Dann hätten wir eine Situation, man denkt, ah, so ein bisschen, das wäre dann sowas hier, ne? Und dann steht hier in dem Bereich das Klavier, ne? Dann denkt, ah, ja, okay. Das wäre auch nochmal ziemlich interessant, weil das hier mit dem Skifluss nochmal so ganz schön spielt eigentlich. Da steht so ein bisschen das Meandrierende. Ich denke, jo, nice, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ansonsten, was mir auch noch schön gefällt, ist, dass jetzt dieser S-Bereich nochmal richtig hier mit einem großformatigen Bild nochmal schön markiert ist. Also es schließt hier nochmal so ein bisschen den Raum, setzt hier nochmal so einen Bezug und sorgt dafür, dass jetzt dieser Sitzbereich hier wirklich funktioniert. Also man sieht wirklich in so einem großen Raum, also man muss jetzt Prioritäten setzen. Also man wird jetzt nicht hier eine beliebige Menge an Sitzplätzen rauskriegen. Aber da muss ich dafür was entscheiden, ne? Weil ich denke, das ist schon eine ganz gute Idee, also kochenden Essbereich hier reinzusetzen. Das ist auch eine vernünftige Größe Küche, die jetzt hier drin steht. Das ist auch ein ziemlich guter Essbereich, der ist auch gut geschützt. Oder würde ich das aus Feng Shui-Sicht, hätte ich dann eine Idee, hätte ich den Raum nochmal anders aufgeteilt. Könnte man das anders denken? Ja, wobei ich eigentlich mit der Lösung da schon ganz zufrieden war, aber probier es geduldig, probieren wir es mal. Man könnte natürlich jetzt diese Plätze einfach tauschen und sagen, okay, dann kommt meine Küchenzeile also in irgendeiner Form hier rein. Das ist natürlich das Argument, ja, aber hier Nähe zum Fenster, ein schöner, heller Platz kann man ja essen. Der ist dann weg, finde ich gar nicht toll. Ich gehe so, hm, andersrum kochen, tust du am Abend, ist dann eh dunkel. Ja, aber im Sommer ist es halt schon noch lange hell. Okay, ne, also Diskussion geht dann endlos. Muss man sich für was entscheiden. Sagen wir, wir machen es so, dann würde der Tisch irgendwo hier unten landen. Hatten wir auch schon mal in einer Case Study, da stand er aber quer. Also jetzt mal längs. Okay, das für den Skifluss, der kann sich hier auch noch so ein bisschen drum herum legen. Das könnte funktionieren. Große Frage ist natürlich, also das ist jetzt natürlich schon die dunkle Seite des Raumes. Also wie pimpe ich das ganze Ding auf? Also ich muss mir jetzt irgendwas überlegen, um diesen Bereich interessant zu machen. Entweder habe ich hier nochmal eine Perspektive ins Wohnzimmer und vielleicht nochmal raus ins Grüne. Das könnte ein Grund dafür sein. Wenn ich das nicht habe, könnte ich auch sagen, ah, okay, also ich fange jetzt an, hier diese Wandbereiche zu gestalten und schaffe ich nochmal so einen Raum in Raum. Also über Farbe, über Tapete, über Deko, über what have you. Da gibt es mal das Modell Fructai. Das heißt also, es kommt hier ein riesiger Kamin rein, in dem man dann so ein ganzes Schwein auf den Spieß steckt und das darf dann hier drin rotieren. Also es sind so diese, wenn man so in der Fructai war, in diesen alten Burgen. Da hat man so einen großen Raum gehabt mit so einem riesigen Kamin da drin. Und das ist ein bisschen special, aber hey, wem es gefällt, wäre auch eine Möglichkeit. Was wäre auf jeden Fall, ich würde hier in irgendeiner Form nochmal eine Attraktivität setzen, einen Hingucker, irgendwas, wo man sagt so, ah, Mensch, aber wenn man jetzt hier sitzt und der Blick da drauf ist, ist ja ganz toll. Und was das dann genau ist, wie das genau aussieht, klar, das müsste man jetzt eben mit dem Kunden besprechen. Aber alles in allem, wenn wir hier drauf schauen, denke ich, das ist schon eine ganz flotte Lösung. Full-size Kitchen, da kriegst du auch irgendwas rein, guter Essplatz. Hätte ich Feng Shui-mäßig, nicht viel zu meckern, würde ich mitgeben. Und dann ist man mit der Case Study schon wieder am Ende. Ich hoffe, ihr habt ein paar Inspirationen mitgenommen, ein paar Ideen. Und wo mir jetzt eigentlich ging, ist dieses Erklärungsmodell, was Feng Shui ist, eigentlich nochmal so ein bisschen zu highlighten und zu sagen, ja, das sind ja Lösungen von professionellen Innenarchitekten, von Leuten, die hier Monate, teilweise jahrelang ihre Möbel durch die Wohnung geschoben haben. Und Feng Shui liefert eben eine Sprache eben mit dieser Idee von Qi, Sammlungen von Qi-Fluss, von vier Tieren und was es da alles gibt. Es liefert nochmal ein Instrumentarium, damit umzugehen. Das sind also das Formschul-Kochbuch genannt. Das ist auch das, was wir dann in unserem Grundlagen-Seminar so durchgehen. Also danach hat man so ein bisschen Übung, um hier tiefer einzusteigen, um so einen Raum in den Griff zu kriegen und sicher hier zu möblieren, zu verstehen, was hinten rauskommt. Kann immer auf der Website gucken. Werbeblock Ende. Andersrum, wenn du sagst, ja, nee, Seminar habe ich keinen Bock. Kein Thema. Also wenn du einen Raum hast, der vor sich hinkränkelt, schick deinen Raum zum Grundrissdoktor. Das wäre dann meine Wenigkeit. guckst du unten, E-Mail, schick mir einen Grundriss von dem Zimmer. Wenn du Bock hast, ein, zwei Bilder, also wenn du damit okay bist, dass die auf YouTube auftauchen und eine konkrete Frage. Also ja, ich weiß nicht, wohin mit dem Esstisch, ich weiß nicht, wohin mit dem Bett, welche Farbe an die Wand, was kann man machen. Also eine konkrete Frage, die wir bearbeiten können. Wir haben ja keine Zeit. Und dann verspreche ich dir, wenn du mir das rüber schickst, in einer der nächsten Folgen, wird dann dein Raum hier bei Feng Shui am Freitag in dem Format besprochen. Jodi, soweit so gut. Konstruktive Kritik, Lob, Ideen, Gedanken, Vorschläge, gerne unten in die Comments. Und dann viel Spaß bis nächste Woche bei Feng Shui am Freitag.